Hallo, ich heiße Eva und ich will Ihren Essen find me in Paris. Ich nehm euch jetzt mit hinter die Kuss mit. Ich zeige euch was für uns losgeht mit Frisur, Make-up und Kostümen. Hier werden wir für dich vorbereitet und bald. Das hier ist die Abteilung Haare. Hier gibt es alles was man sich vorstellen kann. Sogar eine Krone. Evie, wie ist es Frisurin für ein E-Pers zu sein? Ich liebe es. Es macht großen Spaß. Es macht großen Spaß. So sehe ich ohne Make-up aus. So bin ich heute Morgen aufgewacht. Hier werden wir geschminkt, da wird gezaubert. Hier sind noch mehr Treppen und Statuen. Hier ist die Kostümmteilung. Da werden wir für den Auftritt gestylt. Es gibt viele verschiedene Kostüme. Das ist die Tüße, da wir Balletttanz spielen. Und das hier sind die berühmten Stiefel, in denen wir jeden Tag rumlaufen. Und jetzt gibt's ne Überraschung. Komm Hannah, ich und Hannah nehmen euch mit ans Set. Nicht verraten. Ihr müsst ganz leise sein. Wie ihr seht, passiert so einiges. Was, dürfen wir noch nicht verraten, aber es wird super. Das ist Christy, der da singt. Christy, erzähle uns mal was Persönliches über dich. Das ist so eine kleine Schimme im Hintergrund. Ich bin so eingebildet, dass ich nur Lieder höre, die ich selbst gesungen habe. Kannst du was für uns singen? Meine Stimme ist etwas kratzig. Oh Gott. Es ist sehr gut.